Hallo liebe Fans, ich bin Christian Fjell im fünften Jahr bei der Alemannia und freue mich mit euch auf die neue Saison im neuen Superstadion. Natürlich macht es mich auch ein wenig stolz, Kapitän von Alemannia Aachen jetzt zu sein und die Mannschaft ins neue Stadion führen zu dürfen. Mein Traum war es schon immer Fußballprofi zu werden. Ich habe auch hart dafür gearbeitet und bin froh, dass ich den Traum zu meinem Beruf machen konnte. Für das erste Spiel im neuen Stadion erhoffe ich mir, dass wir von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist und mit eurer Unterstützung wird uns das auch gelingen. Alemannia Aachen ist mein Verein, 100,5 das Hitradio ist mein Sender. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.